Hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu einem neuen Video aus der Rubrik Let's Show Total War Arena. Und wie ich es euch in der letzten Folge schon angekündigt habe, diesmal habe ich es geschafft Miltiades freizuschalten und ich kann euch ihn präsentieren und natürlich eine der bestimmenden Truppengattungen und Arten der Kriegsführung für die klassische Antike, nämlich die Phalanx, die wollen wir uns heute anschauen. Aber wie immer würde ich das Video so aufteilen, dass ich euch natürlich ein paar historische Informationen gebe. Einmal zu Miltiades als Persönlichkeit, dann natürlich zu der Sache, für die er so berühmt geworden ist, nämlich die Schlacht beim Marathon, wo er die Perser um Darius I. geschlagen hat und natürlich danach ein paar Informationen zur Phalanx, zur Funktionsweise und generell, warum das so effektiv gewesen ist und vor allen Dingen auch so lange effektiv gewesen ist. Und danach wollen wir uns auf jeden Fall, wenn die Zeit wird reichen, ein, zwei Spiele angucken und die natürlich, also die Phalanx natürlich auch in echt mal ausprobieren. Okay, beginnen wir mit Miltiades. Gelebt hat er ca. von 550 v. Chr. bis 489 v. Chr. und ist sozusagen ein Mann, der in der Politik Athens sehr erfahren gewesen ist, deswegen passt auch hier auf jeden Fall der Hintergrund des Segels, die athenische Eule, die ihr dort seht. Wir sind jetzt also hier mal in relativ sicheren historischen Bahnen. Miltiades selbst war vor seinem Amt als Strategos bei der Schlacht von Marathon, wo er die Truppen Athens angeführt hat, war er selbst Archon in Athen. Die Archonten sind sehr hohe Beamte gewesen, die teilweise sogar eine Regierungsgewalt ausüben konnten. Das heißt also mit Miltiades haben wir hier einen Charakter, der absolut politikerfahren ist und der auch weiß, wie diese Machtspiele und so weiter funktionieren. Allerdings sollte es ihn dann später auch nicht davon davor retten, ein Opfer eben solcher Machtspiele zu werden. Er wurde dann später, als die Perser ganz massiv in den Bereich der Ägäis drückten, später Strategos und führte, wie gesagt, die Truppen beim Marathon an. Und auch nach seinem Sieg blieb er diesem Amt noch treu. Er leitete dann später mehrere Unternehmen gegen die Kykladeninseln. Das waren Inseln, die sozusagen aus dem persischen Einfluss befreit werden sollten. Das, so war die Idee, war eben dadurch möglich, weil man die Perser eben doch gut geschwächt hatte. Und so unterstellte man Miltiades die große athenische Flotte von circa 70 Schiffen. Es wird davon ausgegangen, dass das die größte Flotte Athens gewesen ist, bevor es zur Restrukturierung unter Themistokles gekommen ist. Also Themistokles, der Name, der sehr stark mit der Seeschlacht bei Salamis verbunden ist und der eben auch ganz aktiv das Flottenbauprogramm in Athen noch vorangetrieben hat. Ja, man gab ihm diese Flotte und die Belagerung der Kykladeninseln ging am Anfang ganz gut und konnte, er konnte allerdings seine Ziele nicht verwirklichen. Er musste umkehren nach Athen, wo man ihm den Prozess machte wegen Verrat, eben weil er sozusagen umgedreht war, anstatt die Belagerung zu Ende zu führen. Man warf ihm hier vor, dass er sich in den Dienst der Perser gestellt hätte. Und ja, es war später allerdings auch so, dass er angeklagt worden ist, ins Gefängnis kam, eigentlich auch schon freigesprochen werden konnte. Er hat sich allerdings bei den Schlachten bzw. bei den Belagerungen eine ziemliche Verwundung zugefügt hat und er sozusagen im Gefängnis an diesen Verwundungen verstorben ist. Das ist also ein relativ trauriges Ende, eigentlich könnte man sagen, für diesen Mann, der bei der Schlacht vom Marathon eben so viel Ruhm geerntet hat. Man darf auch nicht vergessen, natürlich ist es natürlich immer, dass Befehlshaber, die mit Pech im Schlachtgeschehen in Anführungsstrichen gesegnet sind, dass man mit denen nicht so wirklich gut umgegangen ist. Also man muss sich auch hier vorstellen, Themistokles ist dann später genauso ergangen, als er sozusagen in Ägypten die griechische Flotte sprichwörtlich in den Sand gesetzt hat. Wenn hier Schiffe verloren gehen, und ich meine, Miltiades hat jetzt nicht die gesamte Flotte verloren, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass hier 70 Schiffe unter seinem Kommando waren, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber die Triären zu der damaligen Zeit, eine der bestimmendsten und wichtigsten Schiffe im militärischen Bereich, die hatten so circa eine Besatzung von 170 Mann plus 10 bis 20 Offiziere, da kommt man bei 70 Schiffen auf eine Zahl von ein bisschen über 12.000 Mann. Und man kann sich schon vorstellen, dass also das eine gigantische, riesige Truppentruppe ist, eine gigantisch riesige Marine darstellt. Man macht sich das gar nicht so sehr bewusst, weil man immer nur von kleinen Schiffen spricht oder von 70 Schiffen, das sind ja gar nicht so große, aber wenn man sich vorstellt, wie viele Leute auf diesen Schiffen dienten, gewinnt das ganz andere Dimensionen. Und wenn eben hier, ich sag mal, nur schon die halbe Flotte versenkt wird, oder wenn es reicht schon ein Viertel der Flotte zu versenken, damit hier wirklich eine militärische Katastrophe passieren kann und eine unglaubliche Schwächung, und deswegen war man auch so erbost, als Miltiades die Belagerung der Kykladeninseln aufgegeben hat. Das muss man sich also auf jeden Fall mal überlegen. Okay, das zu den kurzen Informationen, die ich euch zu diesem Heerführer geben möchte. Wir wissen eigentlich auch gar nicht so wirklich, wie er ausgesehen hat, das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Detail. Was wir wissen, beziehungsweise es gibt einen Helm, der ihm zugeschrieben wird, und dieser Helm ist in etwa so geschnitten wie der hier. Das heißt also, von diesem nimmt man sozusagen an, dass er ihm gehört haben soll, beziehungsweise, dass er ihn getragen haben muss, und deswegen wird er eben halt hier auch so martialisch dargestellt. Ich finde eigentlich die Darstellung ganz cool, das ist für mich so, keine Ahnung, fast so ein bisschen das Idealbild eines griechischen Soldaten, wenn wir da mal noch Leonidas daneben halten. Der wirkt schon fast ein bisschen zu modern, finde ich, wenn ich mal ehrlich bin. Aber ich mag halt hier vor allen Dingen diese geschlossene Helmform, das finde ich interessant. Gefällt mir gut. So, schauen wir uns mal genau das, die Sache an, wofür er so berühmt geworden ist, nämlich die Schlacht bei Marathon, die wir, wenn wir sogar Glück haben, hier vielleicht sogar spielen können. Wir werden mal sehen, wo es uns dann in den Schlachten, die ich euch hier zeigen möchte, natürlich hinverschlagen wird. Mal schauen, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ja, Marathon. Wie müssen wir uns so circa überhaupt die Ausgangslage vorstellen? Im damaligen Griechenland. Es gibt drei Herangehensweisen an diese Schlacht bei Marathon, beziehungsweise drei verschiedene Bereiche, die dort mit hineinwirken, und zwar ganz massiv. Das erste ist eine geopolitische Ausgangslage. Wir müssen uns vorstellen, dass gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus Persien sich in, ähm, das persische Großreich unter den persischen Großkönigen in Kleinasien an der, können wir sagen, türkischen, an der heutigen türkischen, ähm, Westküste quasi breit gemacht hat und dort auch vor allen Dingen viele Kolonien eingenommen hat, viele Stadtstaaten sozusagen, die sich dort gebildet haben, eingenommen hat und dort sozusagen überall ein System der Stadthalterei im Prinzip installiert hat und, äh, sozusagen dort die Herrschaft ausübte. Und, ähm, ja, das war allerdings nicht ganz so einfach für die Perser, denn natürlich wehrten sich die Griechen auch dagegen, beziehungsweise dort die kleinen asiatischen Städte und so kam es dort zu den sogenannten ionischen Aufständen ab circa 500 vor Christus und diesem Aufstand der Ionia gegen, oder diesem ionischen Aufstand der kleinen asiatischen, äh, Stadtstaaten gegen Persien schloss sich Athen an, spart er aber nicht. So, und nun ist es eben halt so, dass, ähm, das persische Großreich, vor allen Dingen unter Darius I, eine gigantische, äh, Militärmaschinerie zum Laufen bringen konnte, auch wenn wir ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn uns hier Zahlen, die bis in die Millionen gehen, präsentiert werden, also so massiv ist es vermutlich nicht, aber es wird schon davon ausgegangen, dass Persien auf jeden Fall so ein 100.000 Mann her schon unterhalten kann. Das setzte sich, und das ist auch ganz wichtig, auch für spätere Schlachten natürlich sehr wichtig, setzte sich allerdings natürlich aus verschiedenen Regionen zusammen, aus den, äh, das her setzte sich auch aus den besetzten Poleis zusammen, das von diesen Stadthaltern, den sogenannten Satraten, kontrolliert wurden. Das heißt also, es war quasi eine Vielvölkerarmee, so könnte man es sagen, ähm, durchaus gut gerüstet, aber, äh, so wird auch berichtet, später auch in den, ähm, Perserzügen von Alexander dem Großen, wird natürlich auch berichtet, dass vor allen Dingen die Moral hier ein Problem gewesen ist, ja, also die Moral der Truppe, beziehungsweise, ja, auch die strategische Leistung der Generäle auch nicht immer unbedingt die beste gewesen sein soll, aber, wie gesagt, sehr trotz allem hier am Anfang noch sehr effektiv geführt. Gut, und es ist also so, dass dieser Aufstand schlussendlich von Darius I. niedergeworfen wird, und Darius I. will es, der I. will es natürlich nicht dabei, nicht nur dabei belassen, äh, die, den ionischen Aufstand dieser kleinen asiatischen Stadtstaaten, äh, zu vernichten, sondern er möchte ganz aktiv die Athener bestrafen. Und damit drückt, sozusagen, Persien in den Raum der Ägäis rein, bedroht damit natürlich massiv Athen und auch den, äh, die gesamten Stadtstaaten auf dem Peloponnes, und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, nämlich die Situation der griechischen Welt an sich. Nämlich, äh, die ist auch gar keine einfache, nämlich diese, diese klassische Antike ist, ist zu dieser Zeit auf dem Peloponnes natürlich geprägt vom Konflikt zwischen, äh, Athen und den anderen Stadtstaaten, allen voran Sparta. Sparta ist eine Hegemonialmacht, die stärkste Landmacht auf dem Peloponnes, und Athen tritt hier sozusagen in starke Konkurrenz und wird natürlich im weiteren Verlauf zu bestimmenden Seemacht in der Ägäis. Und hier sind es auch die Bündnissysteme, nämlich der Peloponnesische Bund unter Sparta und später der Attische Seebund unter Athen, also das kommt dann alles ein bisschen später, die hier also in massive Konkurrenz zueinander treten. Und das Problem ist eben auch, dass Athen eine durchaus isolierte Stellung hat, aufgrund der, der Machtambitionen, die dieser Stadtstaat eben halt auch zeigt. Also ist dieser, ist Athen sozusagen, man könnte sagen, außenpolitisch zwar isoliert, aber dennoch stark. Der dritte Aspekt, der mit hineinfließt, ist die Situation in Athen selbst. Denn, wie ich gerade am Anfang vielleicht, ich weiß es gerade nicht, mal habe anklingen lassen, die Zeit in Athen ist geprägt worden von dem Übergang der Tyrannis in die sogenannte Demokratie oder Volksherrschaft. Wir hatten vorher in Athen also Adelskämpfe und diese Regierungsform der Tyrannis unter den Peisistratiden. Und es gelang Athen aber, sich davon zu lösen und zu befreien und später wurden dann auch die Archonten gesetzt und wir haben sozusagen später auch diese Ausprägung der athenischen Demokratie, die sozusagen hier zum Ausgangspunkt und zur Basis für demokratische Idee wird, sozusagen. Aber es ist gar nicht so einfach, diesen Status zu behaupten und gerade Persien, das persische Großreich möchte eben diese Situation ausnutzen und versuchte eben gerade mit der Landung der persischen Truppen bei Marathon, versuchte man dort sozusagen auf gesellschaftliche und politische Strukturen zuzugreifen, beziehungsweise bei diesen Einfluss zu gewinnen, die eben noch diese Tyrannisherrschaft befürworten. Das heißt also, nur weil man die Tyrannisherrschaft abgeschafft hat in Athen, waren die nicht verschwunden. Waren die Menschen, die das unterstützt hatten, nicht verschwunden, waren die nicht weg, sondern die gab es immer noch und genau an die wollte Persien nämlich heran und die wollte Persien auch unterstützen, nämlich das Hauptziel war es, den Tyrannen Hippias wieder in Athen als Herrscher zu etablieren. Und das ist im Endeffekt etwas, womit sich die Griechen hier schon nicht mehr arrangieren konnten, in Anführungsstrichen. Wie schon angedeutet, landeten also die Perser bei Marathon und da kommt jetzt sozusagen unser Militiertes ins Spiel, der sozusagen hier das Amt des Strategos übernahm. Wir müssen uns also vorstellen, dass die Schlacht sich im Rahmen dieser drei Bereiche, die ich euch hier gerade aufgezeigt habe, sozusagen abspielt. Man wusste, dass das persische Heer groß ist, also man spricht in den Quellen, die Quellen von Herodot etc. sind natürlich immer übertrieben, also es wird ausgegangen von vielleicht ca. 12.000 bis 15.000 Mann auf persischer Seite und ca. 10.000 Mann auf griechischer Seite, wobei man sagen muss, dass die Athener hier vorher noch Nachrichten nach Persien geschickt haben, aber die Spartaner, nicht nach Persien, sondern nach Sparta geschickt haben, aber die Spartaner haben sich geweigert, sozusagen sich diesem Kriegszug anzuschließen beziehungsweise der Verteidigung anzuschließen. Das wurde auch hier wieder begründet mit den Festen beziehungsweise der Art und Weise, wie man Krieg führt, denn es war gar nicht so einfach, in Sparta überhaupt Krieg zu führen, weil das sehr religiös gebunden war. Die spartanischen Könige durften nur zu bestimmten Zeiten zum Krieg aufrufen, der ansonsten von den Priestern, sonst wurde das von den Priestern untersagt und wenn sozusagen die Priesterschaft dagegen war oder auch die Orakel dagegen waren, dass ein Krieg stattfindet, dann durfte auch kein Krieg stattfinden. Was im Übrigen ein großes Problem war, als später König Leonidas die Truppen zu den Thermophilen schicken wollte und sozusagen nur eine Art kleines Expeditionsherrsch anstatt der großen spartanischen Armee schicken konnte. Das geschah dann später erst bei der Schlacht bei Platea, wo die Perser nach der Schlacht bei den Thermopilen vernichtend geschlagen worden sind. Genau. Ja, die Schlacht bei Marathon, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ja, hier kommt also jetzt zum ersten Mal ganz massiv die Phalanx-Taktik zum Tragen. Es ist also so gewesen, dass, wenn wir den Aufzeichnungen glauben dürfen, die Perser durch die Aufstellung der Athener zur Schlacht auch gezwungen wurden, denn die Athener unter Militiades nahmen eine äußerst vorteilhafte Aufstellung ein. Das konnten sie. Sie konnten das Terrain bestimmen, was eine sehr wichtige Art und Weise ist, wie man Krieg führen kann, wenn man sich das Terrain aussuchen kann und dementsprechend konnte man oder konnte Militiades auch die Phalanx entsprechend formieren. Und das tat er natürlich auch und er konnte, er hatte eben halt auch die Möglichkeit, die Flanken der Phalanx entsprechend auch abzusichern mit Unterstützungstruppen und zwang sozusagen damit eben auch die Perser zur Attacke. Im Endeffekt ist es aber ganz interessant, weil nämlich nicht unbedingt die Perser zum Angriff angesetzt haben, sondern in der entscheidenden Bewegung der Schlacht Miltiades seine Hoplitenphalanx sozusagen auf die Gegner zustürmen ließ, die von dieser Taktik teilweise so überrumpelt gewesen sein sollen und von dieser Walze, die dort angerollt kam, so überrascht gewesen sein sollen, dass sie nur sehr schwer reagieren konnten beziehungsweise gar nicht wirklich reagieren konnten und dadurch sozusagen eben vernichtet wurden. Die Phalanx hat sich also hier als eine sehr gute Taktik erwiesen und das spiegelt sich dann auch in den Verlustenzahlen wieder, die wir sozusagen irgendwie ein bisschen einschränken können durch die Quellenlage. Also man geht davon aus, dass die Griechen ca. 192 Mann verloren haben sollen, während sich die Verluste der Perser auf vielleicht 6400 Mann, also da ist man sich nicht so ganz einig belaufen sollen und das ist natürlich unfassbar. Also diese KD-Rate, um mal mit Nerd zu sprechen, diese KD-Rate, die muss man erstmal schaffen. Ja, ganz interessant ist es dann noch eigentlich, wie es danach weiterging, als die Perser hier geschlagen worden sind, war natürlich auch der Feldzug von Darius noch nicht ganz zu Ende. Die athenischen Truppen machten Kehrt und drehten sehr schnell wieder zurück und gingen sehr schnell wieder zurück nach Athen, um dort sozusagen wieder in Aufstellung zu gehen. Das heißt also, man kann also auch hier sehen, dass Marathon zwar eine sehr bedeutende Schlacht war, aber eben keine Entscheidungsschlacht gewesen, es sozusagen nur eine Art erstes Treffen gewesen ist. So, und jetzt wollen wir uns mal, jetzt wird es langsam, aber sicher richtig spannend, jetzt wollen wir uns mal dieses Prinzip Phalanx anschauen. Wir, oder besser gesagt, ich möchte an dieser Stelle mal zwei Arten unterscheiden, die wir im Spiel vorfinden können. Das eine ist das, was ihr hier seht, das ist die normale Speerträger Phalanx, so möchte ich es mal vielleicht sagen. Diese Speerträger Phalanx bildet sich in der Regel aus Hopliten, das sind sozusagen die griechischen Soldaten, die ihr vermutlich auch immer mal wieder aus Geschichtsbüchern kennt. Hoplite kommt vom altgriechischen Waffenträger und es waren wirklich schwer gerüstete Krieger, das ist also einmal wichtig, sie waren Vollbürger, was auch sehr wichtig ist, in den Stadtstaaten und leisteten ihren Kriegsdienst. Das sah eben vor, dass sie vor allen Dingen auch einen Großteil ihrer Ausrüstung selber kaufen mussten. Ihr seht ihr also auch schon, dass die Ausrüstung der Hopliten, hier sehen wir es mal an den Aschaiischen Hopliten, also schon durchaus kräftig gewesen ist. Auffallend ist natürlich der große Rundschild, der ganz wichtig gewesen ist und hier sehen wir in einer etwas kleineren Ausfertigung sozusagen einen Speer. Dazu gehört auch noch ein Schwert, um sich für den Nahkampf zu rüsten und natürlich der obligatorische Helm. Und das ist also eine ganz wichtige Sache. Nun kommen wir dazu, wie diese Phalanx sich erstmal hier aufbaute. Das ist eben nicht so ganz korrekt hier dargestellt. Ich überlege jetzt auch gerade, wie viele Reihen, Schlachtreihen es im Spiel gibt. Das schauen wir uns dann mal an. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Also jedenfalls, diese Hopliten bildeten die sogenannte Phalanx eine geschlossene Schlachtordnung, das ist also sehr wichtig, die durchaus unterschiedlich breit ist, aber in der Regel acht Glieder tief. Das heißt also noch zwei, noch zwei und noch zwei und dann haben wir es. Also acht Glieder tief. Dann haben wir so in etwa die Vorstellung, wie tief gestaffelt so eine Phalanx in der klassischen Zeit gewesen ist. Die funktionierte nun also so, dass die Soldaten sehr eng aneinander rückten und mit ihren Speeren, sie sozusagen mit ihren Schilden gegenseitig schützten und mit ihren Speeren eine Art Wand formierten oder genau formierten, an denen sozusagen der gegnerische Angriff entweder abprallte, also in den Speeren stecken blieb oder die wie eine Speer Wald Walze im Endeffekt über den Gegner rüber rollte. Das war eine auf der einen Seite natürlich sehr, sehr, sehr starke Schlachtordnung, wenn man sie, wenn sie frontal eingesetzt werden konnte. Der große Nachteil der Phalanx sind die Flanken, die in der Regel ungeschützt sind. Und dadurch, dass die Phalanx eben in der Bewegung eingeschränkt ist. Es ist also eine Schlachtordnung, die sehr statisch ist, kann also hier ein gutes Flankenmanöver eben dazu führen, dass sich die Phalanx auflöst. In der Regel war die Phalanx so gebaut, dass sich beispielsweise Soldaten, sprich Hopliten, die sehr gut ausgerüstet waren, nach vorne begeben haben, während sich Hopliten mit kaputterer Ausrüstung oder mit schlechterer Ausrüstung nach hinten begeben haben, um von hinten Druck nach vorne auszuüben. Denn das Prinzip war eben so, dass natürlich wenn in der vorderen Reihe ein Hoplite ausgefallen ist, der nächste in der Reihe danach natürlich aufrücken konnte, um die Lücke zuzumachen. Das war also ganz wichtig, dass diese Phalanx wirklich wie eine Einheit arbeitete und hier sozusagen ein fließender Austausch stattfinden konnte, der auch sehr schnell erfolgen musste, damit sich eben keine Lücken im Schilderwald auftun können. Das ist also wirklich eine ganz wichtige Sache. Und diese Art der Phalanx, die kam eben hier bei der Schlacht vom Marathon zum Einsatz. Also ganz wichtig. Und ihr seht also, das ist also schon auch ein bisschen bedrohlich, wenn man sich natürlich dann, die Griechen haben sich noch die Schilder schön verziert, ganz stark sieht man das dann bei den Spartanern, haben sich die Schilder verziert, um sozusagen auch eine gewisse moralische Wirkung zu erzielen und generell war so eine Phalanx eben im Nahkampf nur sehr, 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 sehr schwer zu knacken. Und jetzt springen wir mal ein paar Jahrhunderte weiter. Das sind die makedonischen Hobliten? Genau. Und dann gab es noch sowas hier. Das sind die sogenannten tebischen Pikiniere, die ich euch hier mal zeigen möchte. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklungsform, die im Zuge der Alexander-Feldzüge entstanden ist. Ihr seht auch schon auf den ersten Blick, was der gigantische Unterschied ist, nämlich die gigantische lange Lanze, die sogenannte Sarissa, die etwa fünf bis sieben Meter lang gewesen ist. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Hier kann man, also Alexander der Große hat sozusagen diese Formation, diese Schlachtordnung der Phalanx noch einmal revolutioniert. Die langen Sarissa-Sperre genommen, nun wurden die Phalanx tiefer, 16 Mann tief gestaffelt und ganz interessant ist eben halt hier, wenn wir uns also vorstellen, die Lanzen wurden wie in einem Wald nach vorn gelegt, die nächsten Reihen legten ihre Lanzen wieder darüber und so weiter und so weiter. Das war also ganz interessant. So konnte man also einen wirklich dichten Wald schaffen, eine dichte Walze schaffen, während die hinteren Reihen der Phalanx ihre Sperre in seinem Winkel nach oben halten oder gehalten haben sollen, wie wir das hier sehen können. Und das hatte auch einen ganz praktischen Nutzen, denn mit diesen aufgestellten Sperren war es möglich, Pfeile, die auf die Formation abgeschossen wurden, abzuwehren. Man bildete sozusagen einen dichten Wald durch diese Sperre, indem man die also nach oben hielt, konnte somit auch die vorderen Reihen schützen, konnte die vorderen Reihen schützen, vor dem, ja, vor den einprasselnden Pfeilen, die sozusagen nicht durchdringen konnten. Das war also gleichzeitig eine ganz interessante Art der Angriffswaffe, also die Phalanx als Angriffs- und auch als Defensivwaffe. Das ist das erste, was Alexander neu gemacht hat. Die zweite Sache, die er neu gemacht hat, er hatte sich um das Problem des Flankenschutzes gekümmert und es ist davon auszugehen, dass im hellenistischen Griechenland, also unter Alexander dem Großen, hier sozusagen eine kooperative Waffengattung entstanden ist, nämlich den Flankenschutz übernahm in der Regel dann Kavallerie. Das heißt also, dass die Phalanx hier auch massiv zusammen mit der Kavallerie zusammenkämpfte und dem demzufolge auch eine deutlich stärkere Truppengattung werden konnte, die sich also deutlich schneller kämpfen konnte. So müssen wir es vielleicht mal sagen. Und es ist also ganz interessant, wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, wie also diese Phalanx-Haktik funktioniert. Man fängt also die jetzt können wir sogar mal wieder auf die na komm schon jetzt können wir sogar mal wieder auf unsere zurück. Wie also diese Formation funktioniert, also wie gesagt, der Gegner wird sozusagen regelrecht aufs Korn genommen, wird aufgesetzt, die hinteren Reihen drücken ganz massiv und durch diese 8 Staffelung, die wir hier bei den alten Ascharchen-Hopliten noch sehen können, beziehungsweise später durch die 16 Staffelung entsteht also ein gigantischer Druck nach hinten, das heißt also die ersten Reihen versuchen, die gegnerischen Truppen sozusagen in Auflösung zu bringen und marschieren dann als Dampfwalze drüber. Während also dadurch, so könnte man sagen, die ersten Truppen, Soldaten der Phalanx also hier auch die meiste Last ab hatten, abbekamen und auch in großen Blutzoll verzeichnen mussten, war es also wirklich so, dass die Soldaten, die in den ersten die ersten Speerstöße der Phalanx überlebt hatten, dann meistens von den Soldaten dahinter einfach niedergetrampelt worden waren. Man kann also sagen, man kann es also so festhalten, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Fakt, den ich jetzt allerdings nur auf die, auf den Lanzenwall der Makedonen beziehen kann, dass man also davon ausgehen kann, dass dort im Schnitt ca. 10% der aufmarschierten Krieger sozusagen hier ihr Leben sozusagen lassen mussten. Und das ist also schon interessant, aber man sieht also auch, wie effektiv diese Taktik hier noch gewesen sein muss. Es war auch gar nicht so gedacht, dass die Phalanx, ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, die Soldaten bzw. Obliten der Phalanx besaßen auch ein Schwert für den Nahkampf. Es war gar nicht aber gedacht, dass die Phalanx wirklich in den Nahkampf gehen soll, sondern das war wirklich nur für den äußersten Notfall vorgesehen. Ja und mit dieser Taktik waren die Griechen also die bestimmenden Macht, könnte man sagen, zu dieser Zeit und erst die römische Manippel Strategie mit schnellen beweglichen aber auch schwer gepanzerten Einheiten schaffte es dann tatsächlich diese Phalanx Taktik zu zerschmettern. Aber das war wirklich eine ganz ja lang andauernde und auch auf militärische Erfahrung basierende Sache, die sich erst entwickeln musste. Wir können uns das dann später nochmal anschauen, wenn wir vielleicht hier nochmal mit den Römern zusammen in eine Schlacht wagen. Ja. Okay, sehr gut. So, zurück zu Miltiades. Wir wollen uns jetzt mal eine Schlacht angucken. Ich möchte euch ganz gern zeigen, wie effektiv diese Phalanx in der Schlacht ist. Sie ist sehr effektiv, sie ist allerdings auch eine, wie schon angedeutet, eine Schlachtordnung, die nicht so einfach handzuhaben ist. Ich muss auch sagen, dass ich persönlich den Kampf mit einer Phalanx als sehr schwer empfinde, weil man sehr, sehr stark aufpassen muss. Das Problem ist eben, dass die Phalanx eben auch ein ungeheures Friendly Fire verursachen kann. Das ist sehr, sehr nervig, wenn die Phalanx im Prinzip kämpft und es geraten befreundete Einheiten hinein, dann macht die Phalanx keinen Unterschied zwischen Freude und Feind. Und wenn man das dann nicht kontrolliert, dann sammelt man dort sehr schnell eben auch Minuspunkte an. Das ist also die erste Sache, der positive Fakt ist natürlich, dass die Phalanx es im Prinzip im Nahkampf mit fast allem aufhalten kann, was da kommt. Also egal ob Schwertkämpfer, auch, es ist natürlich immer ganz interessant, ein Kampf Phalanx gegen Phalanx, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht in den Rücken der Gegner marschiert und die dort sozusagen in Unruhe bringt, denn das ist eben das Problem der Phalanx. Wird eine Phalanx eingekesselt, wird sie an den Seiten und im Rücken angegriffen, dann ist sie verloren. Deswegen benötigt sie also auf jeden Fall starken Flankenschutz. Ja, also ich würde sagen, legen wir los, schauen wir uns eine Schlacht an und mit etwas Glück sind wir sogar bei Marathon, das wäre natürlich stark, oder vielleicht sogar bei den Thermopylen, das wäre auch in Ordnung. Ja, also ich muss auch sagen, wie gesagt, es ist nicht so leicht, mit der Phalanx zu hantieren, aber es ist schon eine sehr bösartige Art der Kriegsführung, muss ich wirklich mal sagen. Natürlich ist auch die Phalanx sehr anfällig gegen Thermopylen, nicht schlecht, haben wir ganz gut gerockt, auch anfällig gegen Fernkampf, beziehungsweise unterstützende Einheiten, wie zum Beispiel Sperrwerfer. Da sieht die Phalanx auch sehr, sehr alt aus, weil sie auch nicht so schnell ist. Sie bewegt sich nicht so schnell über Schlachtfeld, sie benötigt also schon eine Art der Abdeckung, aber wenn man sie richtig einsetzen kann, ist es eine ganz tolle Truppengattung. Wir müssen uns jetzt auch hier, ich sage es ganz ehrlich, bis Stufe 3 sind wir jetzt gezwungen gegen KI zu spielen, die KI spielt in der Regel immer gleich, das heißt also sie verbarrikadiert sich hier massiv in der eigenen Festung und läuft mit ein paar Einheiten hier über das Feld und hier können wir aber auf jeden Fall schon ein paar gegnerische Soldaten ernten und dann können wir loslegen und gucken wir mal ob wir es schaffen unsere Gegner hier zu zerschmettern. Was haben wir denn so? Wir haben viele Nahkämpfer, wir haben unterstützendes Material dabei, wir haben keine Kavallerie, das kann uns auf die Füße fallen werden sehen. So, da sehen wir also die Phalanx und wie ihr seht, es sind also fünf Reihen, die uns hier präsentiert werden. Fünf Reihen, aber es ist schon beeindruckend. Also ich muss mal wirklich sagen, wenn so eine Wand auf einen zukommt, da will man auch wirklich ehrlich gesagt nicht unbedingt im Wege stehen. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Aber ist natürlich leider nicht hundertprozentig korrekt, aber wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen mal nicht so sein. Ich muss auch sagen, es ist schon eine beeindruckende eine beeindruckende Truppengattung quasi, man könnte fast sagen, wie so eine Art Panzer der Antike. So, da oben kommen Nahkämpfer, die wir hoffentlich angeln werden, da freue ich mich schon drauf, wir gehen mal hier in Aufstellung, vor denen müssen wir uns vorsehen. Es wäre schön, wenn du die mir überlässt. So, jetzt formieren wir die Phalanx und da laufen sie rein und sind uns direkt in die Sperre gelaufen. Da sind sie uns direkt in die Sperre gelaufen und man sieht also auch hier, wie die jetzt dastehen und jetzt können wir wirklich mal versuchen hier so ein Stück nach vorne zu rücken und die Walze zum Laufen zu bringen was in der Regel ziemlich gut funktioniert Jetzt kriegen wir hier massiven Eigenbeschuss ab, das ist natürlich auch sehr schön Oh Mensch müssen wir hier mal ein bisschen zurückweichen Das ist wieder mal ein Noob Das ist so ein Noob der Typ Oh das ist ein das ist wirklich ein Depp also ich muss es mal wirklich sagen Das ist wirklich also da könnte ich mich wirklich da könnte ich mich wirklich absolut aufregen Unsere Verbündeten liegen unter Eigenbeschuss So gehören wir hier noch ein bisschen ran unterstützen hier so ein bisschen die Flanke Ja aber hier sieht man schon wie die Fahrlangs also wirkt das finde ich eigentlich ganz gut dargestellt da ist jemand in den Rücken gekommen da komm so jetzt lösen wir das mal auf damit wir hier nicht so viel Friendly Fire verursachen weil ich ja nicht so ein Spieler bin der viel Friendly Fire verursacht und jetzt schicken wir die mal einfach so in den Nahkampf das können wir auch mal machen sehr schön da haben wir die Einheit ausgeleucht so jetzt habe ich noch eine wunderbare Fahrlangseinheit dank dieses hervorragenden Unterstützers hier unten der alles getan hat damit meine Einheiten geschwächt sind ich hasse es mit solchen Anfängern zu spielen ich wüsste ja bloß mal gern was er gesagt hat bloß bloß weit weg von dem also wirklich das ist echt sowas von ärgerlich das ist sowas von unnötig gewesen also ich könnte mich nur aufregen so das ist natürlich die Frage da oben haben wir sehr viel Abwehr und viele Sperrkämpfer vor diesen will ich mich eigentlich drücken das ist Problem wir haben keinerlei Kavallerie also das ist echt übel der Gegner scheint auch keine Kavallerie zu haben das ist zwar irgendwie fair aber es ist trotzdem blöd so wir versuchen das jetzt mal hier über die Ecke hier anzugehen es ist schon okay aber ich ärgere mich halt jetzt wirklich maßlos muss ich sagen also sowas blödes ihr seht also das Spiel ist auch nicht immer ohne Frust hat also auch einen gewissen Frustfaktor die KI verhält sich hier auch nicht unbedingt klug also so spielt niemand diese Unterstützungseinheiten aus ist natürlich sehr sehr ärgerlich ist wie gesagt ein bisschen blöd seit das hier so mit KI läuft oh oh das ist eigentlich gar keine gute Idee was der gemacht hat haha da haben wir gleich nochmal eine Einheit ausgelöscht sehr gut ups sorry Kill geklaut so ich möchte ganz gerne hier hinten hin und mich hier aufbauen das überlasse ich dem hier soll er mal mit ein paar Flankenmanöver was probieren so jetzt kann ich hier dummerweise keine Phalanx aufbauen weil ich sonst so viel friendly fire verursache naja ich denke mal ich mach mal ich mach mal folgendes ich werde mal in den Haupteingang rein stürmen oder ich mach hier nochmal sowas das nenne ich ungerumst sehr gut das ist echt schlechte Statistik normalerweise bin ich viel besser wenn ich die Phalanx spiele auch wenn das wie gesagt eine schwierige Art und Weise der Kriegsführung ist aber das ist also wirklich ich hoffe dass es dann im zweiten Spiel dass ich im zweiten Spiel ein paar Leute ach guck mal hier was haben wir denn hier so jetzt kann ich wieder keine Phalanx aufbauen weil ich sonst zu viel friendly fire verursache das ist immer ein bisschen ärgerlich oh ne der ist wirklich der ist dem ganz egal der schießt einfach rein ey wirklich der tötet nur eigene Leute ist das wirklich wahr das ist schön oh wir haben einen Befehlshaber ausgelöscht das ist gut oh ich würde den am liebsten ey ohne Scheiß Entschuldigung ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt wir über ich überlege gerade nee das wird er hier schon machen wir sammeln hier einfach mal noch ein paar Schlachtpunkte das war's gleich ja wie gesagt das war jetzt keine schöne Schlacht ich muss sagen es hat mir nicht gut gefallen auch wenn wir es gewonnen haben aber weil das wie gesagt so sinnlos war wenn jemand das nie einsetzen kann und diese Sperrwerfer sind eben halt wirklich unglaublich stark wenn man die nicht richtig einsetzen kann weil man vielleicht keine Ahnung hat oder es zum ersten Mal probiert dann keine Ahnung aber man muss ich verstehe es nicht also man muss doch verstehen dass sowas eben nicht funktioniert ich will mich nicht weiter aufrecken oh Stufenaufstieg oh das ist gut naja gut das ist ja ganz ordentlich was wir hier mitgenommen haben ah wir ordnen uns im Mittelfeld ein das ist okay können wir da vielleicht sogar sensationell ne ja gut aber über 1000 Punkte für die tebischen Obliten möchte ich ehrlich gesagt noch nicht ausgeben wir machen noch eine Runde jetzt wäre es natürlich toll wenn wir Marathon wenn wir Marathon kriegen würden das wäre natürlich jetzt gerade richtig gut mal schauen oh mich regt das oft wenn jemand Unterstützungstruppen spielt und die nicht einsetzen kann das regt mich so oft entschuldigt bitte aber das regt mich wirklich offen nochmal okay machen wir es eben nochmal wir können ja nur besser kommen solange wir den nicht mehr auf unserer Seite haben ja das ist gut hoffe ich mal dass wir hier vernünftiger spielen können wir spielen immer noch gegen äh gegen gegen KI das heißt also wir rücken wieder übers Zentrum vor bauen uns auf und danach versuchen wir hinten den auszuhebeln diesmal haben wir sogar Reiterei mit dabei das heißt also es wird vielleicht hier sogar zu einem Reiterangriff kommen das wäre natürlich super denn Reiterei hat überhaupt keine Chance ihr habt ja auch vorhin gerade gesehen wie unglaublich schnell dieser gallische Kriegertrupp Soldaten verloren hat als der in meine Phalanx gelaufen ist der war ja da war ja instant ein Drittel der Mannstärke weg also das ist echt unglaublich also wenn man die richtig einsetzen kann und wenn man sie wirklich einsetzen kann dann ist es also wirklich eine unglaublich starke Angriffswaffe huch was denn jetzt passiert so wir gehen wieder hier oben über die Ebene vor das ist im das muss im Übrigen die Stelle gewesen sein die Leonidas mit seinen Getreuen gehalten haben muss weil hier hinten sozusagen die persischen Schiffe an Land gegangen sind und hier muss der der Wall gebaut worden sein sodass die Perser das nicht umgehen konnten also so ist das anzunehmen natürlich sind diese Karten alles ein bisschen idealisiert hier sehr sehr gut ja ausgezeichnet oh das wird das wird durchaus interessant bauen uns mal ein bisschen eher auf mal gucken oh ich glaube das wird jetzt hier sehr interessant werden und phalanx bilden phalanx bilden so und hier sieht man also wie die direkt dort drauf einstürmen unsere Männer werden angegriffen das ist jetzt vielleicht sehr gut da hat er ihn sogar noch reingedrückt sehr schön so da werden wir mal ein bisschen Chaos verursachen sehr schön oh weia ich muss hier mal ich muss hier mal was machen sonst geht das schief so dann nehmen wir dir mal eine schöne Zange und dann geht es den Leuten hier von zwei Seiten an den Kragen Hammer und Amboss ein bisschen zurück ein bisschen zurückfallen lassen ein bisschen zur Seite fallen lassen ja so ist gut so ist gut immer feste Zustechen so und jetzt wollen wir das mal hier beenden oh die phalanx hat sich gedreht ich habe nicht aufgepasst das ist aber auch nicht so schlimm oh das ist so übel also ich möchte das ist sehr blöd was der hier macht sehr sehr blöd aber ist nicht zu ändern oh also hier möchte ich hier möchte ich nee das möchte ich nicht so das drehen wir mal ein bisschen naja das war jetzt irgendwie die falsche Einheit gedreht so ich würde vorschlagen wir lösen das jetzt hier auf und machen die jetzt hier einfach machen die jetzt hier platt sehr nice sehr sehr nice so gefällt mir das so gefällt mir das das ist übel das ist böse das macht Spaß sehr schön immer feste Zustechen nicht vergessen so dann brechen wir mal die Moral das klappt doch nicht so richtig haben auch schon gut verloren das will ich nicht aber wie gesagt wir kämpfen ja auch quasi gegen die gleiche Truppengattung ich trau mich halt auch jetzt keine Phalanx mehr zu machen weil ich weil das schief gehen kann ich damit zu viel Schaden an den eigenen Einheiten verursache oh das ist müssen wir im Auge behalten oh nee jetzt schießt schon wieder jemand rein oh oh Mann hör auf zu schießen ey so das war auch sehr sehr blöd muss man auch mal sagen an der Stelle oh ich ich halt's nicht aus ach so Despera das könnte ein das könnte eine KI sein da ist es auch egal so ja endlich ey ja jetzt haben wir ordentlich Friendly Fire verursacht weil der von hinten weil der von hinten in unsere Einheiten reingeritten ist also wie gesagt eine Dampfwalze sollte man nicht aufhalten also wenn dort wie gesagt auch das war sehr nett gedacht von ihm mir hier ein bisschen Arbeit abzunehmen aber die Phalanx ist damit super gut klar gekommen die Phalanx ist damit super gut klar gekommen das hat jetzt eher mehr Arbeit gemacht oder mehr Schaden verursacht als es hätte müssen aber das hat jetzt hier deutlich besser geklappt also ihr habt gesehen wie gut man und wie viele Einheiten man damit aufhalten kann ja also ich weiß gar nicht gegen wie viele drei oder vier Einheiten habe ich gekämpft auch nochmal gegen zwei Kavallerie-Regimenter die hier reingeritten sind und die habe ich im Prinzip einwandfrei aufhalten können und ihr seht auch hier oben drei in die Flucht geschlagen drei ausgelöscht zwei gegnerische Befehlshaber exekutiert also ganz ordentlich wir werden trotzdem punktemäßig ein bisschen ins Mittelfeld abrauschen ganz einfach weil wir nicht im Lager sind und Punkte machen können weil wir nicht im Lager sind und Punkte machen können das ist natürlich ein bisschen ärgerlich aber dafür haben wir auf dem Feld ziemlich gute Arbeit geleistet bin ich der Meinung wenn wir es jetzt vielleicht sogar doch noch schaffen hier ein paar Punkte zu generieren das Problem ist die bleiben dann stehen aber noch ist es ganz günstig noch können wir das machen und ich lasse die doch mal ein bisschen stürmen also so in etwa muss man sich das dann vorstellen was da auf die Perser beim Marathon zugekommen sein muss und da muss man halt auch sagen also möchte man nicht man möchte nicht in diese Dampfwalze geraten so das ist gut hier da unterstützen wir ein bisschen und da machen wir sogar jetzt noch ein paar Lagerpunkte gut das ist schön das gefällt mir das ist ziemlich gut und ein bisschen kämpfen können wir an der Stelle auch noch immer wieder einen in die Flucht geschlagen das ist sehr gut noch einen ausgelöscht einwandfrei Platz 4 na siehste mal läuft doch ja das war eine gute Schlacht besser als vorhin deutlich besser wenn man eben halt nicht mit Idioten spielen muss Entschuldigung ich will da nicht so haten aber das ist wirklich na gut lassen wir das so also ich muss sagen ja das kann sich sehr sehen lassen also wie gesagt die haben wir gut eingesetzt die haben wir wie gesagt ein bisschen Friendly Fire verursacht wir sind glaube ich der drittstärkste im Angriffsschaden sehr gut damit bin ich absolut einverstanden das lief also echt ganz hübsch so und jetzt können wir uns theoretisch überlegen gerade oder ob ich vielleicht doch noch investieren investieren sollte hier in die tebischen Hopliten ob ich das mache 726 ach ja machen wir es einfach so dann habt ihr jetzt auch noch mitverfolgen können wie ich hier sozusagen direkt meine Stufe 3 Hopliten installieren kann wo haben wir sie denn die tebischen Hopliten und hier auch nochmal die tebischen Hopliten genau und die werden dann auch immer weiter ausgebildet jetzt muss ich mir schon wenn ich in die nächste Stufe gehe muss ich mich dann schon entscheiden ob ich bei den athenischen Hopliten ob ich zu den athenischen Hopliten möchte die ihr hier seht oder ob ich zu den schon von mir angesprochenen Heerebahn pikinieren komme also diese erste Heerebahn pikiniere zu diesen ersten Grundformen mit der langen Sarissa-Lanze die natürlich dann im Nahkampf natürlich unfassbar stark ist aber vermutlich in der Defense schwächer ja ja ist ja gut aber natürlich in der Defense deutlich schwächer sein wird wir können das ja mal schauen was haben wir hier hier haben wir einen Angriff 42 422 Defense genau und hier haben wir 636 Defense und sogar ein 124er Angriffsschaden also müsste man ehrlich gesagt sogar müsste man eigentlich ist es unlogisch also wenn man das hier so sieht ist es eigentlich unlogisch na gut muss überlegt werden ok ich hoffe ich konnte euch mit der heutigen Folge die ich jetzt beenden würde ein bisschen begeistern für auch mal die Phalanx auszuprobieren wenn ihr Lust habt es wird auf jeden Fall demnächst noch ein zwei weitere Let's Shows geben ich habe euch ja versprochen ich möchte auf jeden Fall euch nochmal die die römischen Legionen zeigen die ich euch schon mit Germanicus so ein kleines bisschen angedeutet habe und natürlich auch die in Anführungsstrichen Barbaren Kavallerie damit wir auch dort nochmal ein kleines Auge drauf werfen können ich bin auch hier schon so ein bisschen weiter gekommen hab den hab also jetzt hier auch schon Versingetorix freigeschaltet mit dem ich hier die ganz normalen Nahkämpfer spiele aber zudem passt halt hier hinten das Segel na gut wie auch immer ich möchte euch aber dann hier doch auf jeden Fall mal die Art die Artillerie die Kavallerie Geschichte zeigen denn auch die Kavallerie ist eine ganz wichtige Truppengattung die sich schon im Bereich der Antike etabliert vor allen Dingen auch durch Rom und die sogenannten Equites die Ritter stärker wird bedeutender wird und natürlich dann bis weit ins Mittelalter hinein die Schlachtfelder beherrscht aber das wird ein anderes Thema für ein anderes Let's Show bis zum nächsten Mal bleibt mir gewogen und bis dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal